Hallo und herzlich willkommen zu Sternenlicht, dem Podcast der Sternwarte St. Andreasberg. Wissenschaft, Natur und Kultur barrierefrei erleben, das ist unser Motto und das sind auch die Themen in diesem Podcast. Wir sind die Mitglieder der Sternwarte St. Andreasberg e.V. und wünschen dir eine gute Unterhaltung. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph und ich bin dein Gastgeber für die heutige erste Folge dieses neuen Podcasts. In dieser Folge werde ich dir einen Überblick darüber geben, was dich in den kommenden Folgen erwartet und dir eine Vorstellung davon vermitteln, wer wir sind, was wir machen und warum du diesen Podcast jetzt immer wieder hören solltest. Außerdem werde ich dir einige Tipps geben, was du im Februar 2024 am Sternenhimmel über dem Harz, aber auch im Rest von Deutschland beobachten kannst. Dieser Podcast ist so konzipiert, dass er möglichst viele Menschen anspricht, d.h. Anfänger genauso wie fortgeschrittene und professionelle Himmelsgucker. Genau so setzen sich auch die Mitglieder der Sternwarte zusammen. Wir haben Mitglieder, die ihr ganzes Leben im Bereich der Astronomie und deren angrenzenden Wissenschaften verbracht haben, darunter echte Raketeningenieure, aber auch Jugendliche, die über den Kauf ihres ersten Teleskops nachdenken. In den zukünftigen Folgen wird immer ein spezielles Thema im Vordergrund stehen, das ergänzt wird um Informationen rund um die Sternwarte St. Andreasberg und ihre jeweils aktuellen Angebote. Da dies aber heute die erste Folge des neuen Podcasts ist, steht natürlich unter anderem die Sternwarte selbst im Mittelpunkt, damit du uns erst einmal kennenlernen kannst. Im zweiten Teil wird es dann aber auch um andere Dinge gehen, die im Februar 2024 ganz aktuell am Himmel zu sehen sind. Wenn du diesen Podcast auf YouTube anhörst oder noch einmal ergänzend nachschaust, dann gibt es nicht nur etwas zu hören, sondern immer auch etwas zu sehen und zu lesen. Dort gibt es dann ergänzende Bilder und Informationen zu den Dingen, die sich nur schwer beschreiben lassen und im Kosmos gibt es wirklich komplexe Dinge, die selbst für Dichter kaum noch in Worte zu fassen sind. Es gibt auch eine Texttranskription, die zur Barrierefreiheit beitragen soll. Wie du bereits im Intro gehört hast, ist die Barrierefreiheit oder zumindest die Reduktion von vorhandenen Barrieren eines unserer Vereinsanliegen, damit sich alle Menschen den Sternenhimmel in seiner ganzen Schönheit erschließen können. Die Initiative zur Vereinsgründung ging vor einigen Jahren von einem Feriengast aus, der vom Himmel über St. Andreasberg so beeindruckt war, dass er dem Vermieter vorschlug, eine Sternwarte in St. Andreasberg zu bauen. Im Rahmen des Tourismuskonzepts St. Andreasberg 2020 wurde diese Idee dann tatsächlich aufgegriffen und auch im Rat und in der Verwaltung stieß die Idee auf Interesse. Am 29.02.2008 gründeten schließlich acht engagierte erste Mitglieder den Verein Sternwarte St. Andreasberg, der heute rund 120 Mitglieder hat, darunter auch viele aus anderen Städten in Deutschland. Ein im Juli 2013 angemietetes Gebäude am Internationalen Haus Sonnenberg wurde zur Sternwarte umgebaut. Die vorhandenen Räume wurden für Veranstaltungen, Vorträge, Workshops neu gestaltet und es gibt auch ein selbstgebautes Planetarium zu bestaunen. Wenn du auf Google Maps nachsiehst, erkennst du die Sternwarte daran, dass sich vor dem Gebäude fünf Säulen mit Stromanschluss befinden, auf denen die Amateurastronomen eigene Teleskope montieren können. Obwohl diese Säulen nicht sehr groß und auch nicht selbst zu erkennen sind, ist zumindest der Platz, auf dem sie stehen, auch aus dem All gut zu erkennen. Eine Sternwartenkuppel suchst du allerdings bis jetzt noch vergeblich bei uns, denn der Bau einer solchen Kuppel gehört zu unseren Zukunftsprojekten, die aber einer sehr langfristigen Planung bedürfen und das ist doch kein so ganz kleines Unterfangen, nicht zuletzt, da auch die Witterungsbedingungen in den Höhenzügen des Harzes ziemlich rau sein können. Das Gelände am Internationalen Haus Sonnenberg, auf dem die Sternwarte liegt, bietet hervorragende Sichtbedingungen. Die Höhenlage beträgt 710 Meter über Normal Null, was für Norddeutschland eine wirklich relevante Höhe ist. Die Luft ist trübungsarm und es herrscht tiefe Dunkelheit abseits der Ballungsgebiete. Für die fortgeschrittenen und erfahrenen Himmelsgucker unter euch, es gibt dort einen sogenannten Bortel-3-Himmel. Die Bortel-Skala gibt an, wie dunkel der Himmel ist, wobei eine niedrige Zahl für einen dunkleren Himmel steht. Die Skala reicht von 1 bis 9 und mit 3 liegen wir da innerhalb von Deutschland wirklich schon sehr gut. Die Sternwarte bietet regelmäßig öffentliche Veranstaltungen und Beobachtungsabende an, bei denen du die faszinierenden Objekte am Himmel aus nächster Nähe betrachten kannst. Die Sternwarte ist auch ein Ort der Forschung und Bildung und arbeitet daher mit Schulen und Universitäten zusammen, um das Wissen über die Astronomie zu fördern. Die Sternwarte ist Mitglied in der Vereinigung Sternenfreunde e.V., also dem größten deutschen Dachverband für Amateurastronomie. In der nächsten Folge werde ich dir noch mehr über die Angebote der Sternwarte erzählen. Für heute aber möchte ich jedoch mit dir zu unserem ersten kleinen astronomischen Thema kommen, dem Wintersternhimmel, wie er sich im Augenblick, also im Februar 2024, zeigt. Der Februar ist ein idealer Monat für die Astronomie, denn die Nächte sind lang und dunkel und die Luft ist oft kalt und klar. Das bedeutet, dass du viele Sterne und andere Himmelsobjekte sehen kannst, die du sonst vielleicht übersehen würdest. Der Februar ist auch der Monat, in dem du die Wintersternbilder am besten sehen kannst. Die Wintersternbilder, das sind eine Gruppe von Sternbildern, die im Winter am höchsten am Himmel stehen und die zu den bekanntesten und schönsten gehören. Dazu gehören zum Beispiel der Orion, der Stier, die Zwillinge, der Große und der Kleine Hund, der Fuhrmann und der Hase. Diese Sternbilder sind nicht nur leicht zu erkennen, sondern enthalten auch einige der hellsten und interessantesten Sterne und Nebel, die du mit einem einfachen Fernglas oder sogar mit dem bloßen Auge sehen kannst. Lass uns mit dem Orion beginnen, dem auffälligsten Sternbild am Winterhimmel. Der Orion ist ein Jäger aus der griechischen Mythologie, der von einem Skorpion gestochen wurde und als Sternbild an den Himmel versetzt wurde. Der Orion ist leicht zu finden, denn er hat vier helle Sterne, die ein großes Rechteck bilden und drei weitere Sterne, die seinen Gürtel bilden. Wenn du ein Bild des Orion-Sternbildes sehen möchtest, empfehle ich dir kurz in der Wikipedia nachzuschlagen. Dort findest du ein Bild, das dir eine leichtere Vorstellung davon gibt, wie das Sternbild aussieht. Die Sterne des Orion haben alle verschiedene Farben und Eigenschaften, die du bereits mit einem Fernglas oder einem kleinen Teleskop gut erkennen kannst. Ein sehr großes Teleobjektiv kann dir auch schon weiterhelfen. Zum Beispiel ist der linke obere Stern, Beta-Geuze, ein roter Riese, der etwa 1000 Mal größer ist als unsere Sonne und der vielleicht schon bald als Supernova explodieren könnte. Der rechte untere Stern, Regel, ist ein blauer Überriese, der etwa 60 Mal größer ist als unsere Sonne und der etwa 40.000 Mal heller leuchtet. Der mittlere Stern im Gürtel, Alnilam, ist ein blauer Riese, der etwa 30 Mal größer ist als unsere Sonne und der etwa 375.000 Mal heller leuchtet. Der linke Stern im Gürtel, Mintaka, ist eigentlich ein Doppelsternsystem, das aus zwei blauen Sternen besteht, die sich gegenseitig umkreisen. Der Orion hat noch mehr zu bieten. Unterhalb des Gürtels kannst du einen kleinen Sternenhaufen sehen, der das Schwert des Orion bildet. In der Mitte des Schwertes befindet sich ein unscharfer Fleck, wie ein kleiner Stern sieht er aus. Dieser Fleck ist jedoch kein Stern, sondern das ist der Orionnebel, eine riesige Wolke aus Gas und Staub, in der neue Sterne geboren werden. Der Orionnebel ist einer der hellsten und schönsten Nebel am Himmel, und kann mit einem Fernglas oder einem kleinen Teleskop in voller Pracht betrachtet werden. Du kannst die verschiedenen Farben und Formen des Nebels erkennen, die durch die Strahlung der jungen Sterne in seinem Inneren erzeugt werden, die dort gerade geboren werden oder wurden. Ja, ich sagte wurden, denn der Orionnebel ist etwa 1350 Lichtjahre von uns entfernt. Das bedeutet, dass das Licht, das du siehst, 1350 Jahre benötigt hat, um uns zu erreichen, bevor es schließlich in deinem Auge hinter einem Fernglas oder Teleskop getroffen ist. Aufgrund der riesigen Entfernungen im Weltall sind wir tatsächlich immer rückwärts in der Zeit. Wir machen also tatsächlich so etwas wie eine rein optische Zeitreise, wenn wir in den Himmel schauen und die Vergangenheit sehen. Das heißt, wir sehen die Dinge so, wie sie waren und nicht so, wie sie aktuell sind. Und da der Orionnebel jedoch ein sehr aktives Sternentstehungsgebiet ist, werden dort tatsächlich Sonnen regelrecht geboren. Man kann davon ausgehen, dass dies auch im Augenblick noch der Fall ist. Der Orionnebel ist etwa 24 Lichtjahre groß. Das heißt, er ist so groß, dass du 24 Jahre bräuchtest, um ihn mit Lichtgeschwindigkeit zu durchqueren. Falls du dir unter der Lichtgeschwindigkeit noch nichts vorstellen kannst, das ist sehr grob gesagt in etwa die Entfernung von der Erde zum Mond in nur einer einzigen Sekunde. Das ist wirklich eine rasend schnelle Geschwindigkeit. Doch selbst wenn wir Raumschiffe hätten, die so schnell wären, und glaube mir, außer in Hollywoodfilmen sind unsere gegenwärtigen Raumschiffe und Raketen nicht einmal ansatzweise in der Nähe einer solchen Geschwindigkeit. Aber lass uns mal so tun, wir hätten ein solches Raumschiff, selbst dann bräuchtest du immer noch 24 Jahre deines Lebens, um vom einen Ende des Orionnebels zum anderen Ende zu gelangen. Und damit ahnst du vielleicht schon auch ein wenig, wie riesig die Entfernung im Weltall sind. Aus der Sicht von uns Menschen ist die Entfernung zum Mond ja auch schon ziemlich groß, denn weiter ist bisher noch nie ein Mensch gekommen. Der Orion ist also ein Sternbild, das dir viel zu bieten hat und das du dir unbedingt ansehen solltest, wenn du den Winterhimmel beobachtest. Wenn du dir Zeit nimmst, wirst du sehen, dass es noch viele andere Sternbilder und Himmelsobjekte gibt, die du im Februar 2024 entdecken kannst und die ich dir in den nächsten Folgen vorstellen werde. Zum Beispiel kannst du den Stier sehen, der einen offenen Sternenhaufen namens Plejaden enthält, der mit ein bisschen Fantasie an ein kleines Strichmännchen erinnert. Oder du kannst die Zwillinge sehen, die zwei helle Sterne namens Castor und Pollux haben, die eigentlich mehrere Sterne sind, die sich gegenseitig umkreisen. Oder du kannst den großen Hund sehen, der den hellsten Stern am Himmel hat, Sirius, der auch der Hundestern genannt wird. Und wenn dich das jetzt schon irgendwie an Harry Potter erinnert, dann liegst du da schon ganz richtig. Oder du kannst den kleinen Hund sehen, der einen Stern namens Prokyon hat, der wiederum einen unsichtbaren Begleiter hat, das ist ein weißer Zwerg. Der Fuhrmann ist ein weiteres Sternbild, das du am Wintersternenhimmel sehen kannst. Es enthält einen Stern namens Capella, der eigentlich wieder vier Sterne sind, die sich gegenseitig umkreisen. Du kannst auch den Hasen sehen, der einen Stern namens Arnep hat, der ein gelber Überriese ist und etwa 1000 Mal größer ist als unsere Sonne. Dabei ist das nicht so ganz genau, denn seine Größe ist variabel und kann daher nicht genau angegeben werden. Ja, und auch das gibt es, Sterne, die veränderlich sind. Wie du siehst, gibt es viel zu entdecken am Sternenhimmel über dem Harz und ich hoffe, du hast Lust bekommen, dich selbst auf die Suche zu machen, selbst wenn du irgendwo anders wohnst. Wenn du mehr über die Astronomie erfahren möchtest, dann bleib dran und hör dir die nächsten Folgen von Sternenlicht an, dem Podcast, der dich mitnimmt auf eine Reise durch den Harzer Nachthimmel und dir die Schönheit der Wissenschaft und Astronomie zeigt. Besuche uns auch gerne auf unserer Webseite unter www.sternwarte-sankt-andreasberg.de Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist und bis dahin wünsche ich dir klare Nächte und viel Spaß beim Sternegucken. Tschüss, oder wie die Astronomen sagen, Clear Skies Dein Christoph von der Sternwarte St. Andreasberg 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 Dein Christoph von der Sternwarte St. Andreasberg